Das Migronable aus der Region für die Region wünscht gute Unterhaltung bei SRF Bidolüt. Das ist die Familie Bero aus Twan, Kanton Bern. Schon immer wollten wir alle Kapitän werden. Jetzt hat er seinen Traum zum Beruf gemacht. Aber es ist ein Herzgeschäft. Nicht einmal seinen eigenen Geburtstag kann er mit der Familie feiern. Das Türenrot im Emmital ist die Familie Scheidegger zuhause. Sie leben mit ihnen Tiere weg von der Zivilisation. Fritz und Elena haben gerne Gesellschaft. Und wenn sie feiern, kommt gleich das halbe Dorf. Das ist die Familie Widmer-Streif aus Oberdorf im Kanton Basel-Land. Vor einem halben Jahr haben sie den Hof der Eltern übernommen. Noch kämpfen sie mit den kleinen und grossen Problemen des Bauernlebens. Drei Familien, drei Welten. Das ist SRF bei den Leuten Familiensache. Mit der Mifa der Lämmer haben Widmer-Streif immer ein wenig zu kämpfen. Das wird etwas. Willst du nicht zuerst einmal an den Kessel lassen, damit sie wissen, was drin ist? Sie kennen diesen Kessel noch gar nicht. Ja. Viel zu wenig machen wir das mit den Lämmer. Darum geht es ihnen so schlecht. Mit dem Chef geht das tip-top mit dem Wasser und mit den Lämmer. Es geht doch auch tip-top. Ja, es kommt, es kommt. Gut. Jan Widmer und Rebecca Streif haben vor einem halben Jahr den Hof übernommen und haben noch nicht so viel Erfahrung mit den Lämmern. Die Lämmer scheinen zu merken, dass das IFA nichts Gutes bedeutet und machen Rebekka und Jan das Leben schwer. Ich fühle mich wie ein Hohentheil. Gut, die meisten haben wir. Sehr gut. Nichts mehr. Dann rein. Juhu! Juhu, geil. Gut, haben wir uns. Ehrlich. Zwei Versuche. Nach dem zweiten Versuch hat es glatt. Das ist doch super. Allein ist immer das Gefühl, es braucht jemanden, der hilft, jemanden, der rennt. Eine Art Hunde. Auch der Hund. Und das zweite macht der andere, der hilft, egal wäre. Ich habe es schon mit vielen nicht probiert. Die Person macht in meinen Augen immer das Falsche und ich in deinen Augen auch. Ja, ja. Böckli, komm mal. Auf die Böckli wartet die Schlachtbank. Bevor sie geschlechtsreif werden, müssen sie weg vom Hof. Sonst gibt es irgendeine Sucht. Nein. Und die Böckli? Die Böckli, die bringen wir morgen Furt. Gewassen. Die bringen auch Furt. Gewassen. Die können wir hier nicht behalten. Denn diese Schöfte können nicht ... Ja, weisst du eben. Die Brüderchen können nicht die Männer ihrer Schwestern werden? Nein. Die können wir nicht behalten. Wir legen wieder einen neuen Bock aus, damit es das nächste Jahr wieder junge Lämmchen gibt. Es ist das zweite Mal, dass man Streifs-Lämmchen metzgen will. Das erste Mal hat der achtjährige Timo nur schlecht verdaut. Sein Lieblingshof haben wir letztes Jahr gemetzt, weil es einfach nicht ging. Oh je. Wo ist die denn da? Im Nachhinein war das wahrscheinlich ein bisschen ein Fehler. Denn seither isst er praktisch kein Fleisch mehr. Und uns das schon gar nicht. Wir haben quasi zum Vegetarier gemacht durch diese Aktion. Ich habe als Kind auch kein Fleisch gegessen. Wegen diesem oder was? Ja, schon wegen der Beziehung zu dir. Irgendwann hat es aber auch gemerkt, dass wir das seit Tausenden macht und es zu uns gehört. Und ich finde, wenn ich Fleisch eisse, dann lieber das von hier. Und ich weiss, dass die Tiere glücklicher waren. Gell? Wenn du wüsstest, du arm. Heute passiert den Lämmchen nichts mehr. Die Fahrt in die Metzge ist erst morgen. Wenn es das nächste Mal ruft, dann sinken wir. Wir wollen ein schönes Schifffährtchen machen. Das ist die Hauptsache heute. Und zwar wollen wir auch ein bisschen essen und ein bisschen sein. Und vielleicht gibt es noch ein bisschen Musik. Ich habe da noch so einen Österreicher mitgenommen. Und dort hinten steht der ... Bravo! Der hat noch gar nichts gemacht und dann klatschen sie schon. Ja, super. Du gehst einfach wie ein Puzzle. Gut. Dort die Damen hinter diesen wunderschönen Feinflaschen. Das ist meine Schwiegermutter leider heute. Also nicht nur heute. Sie ist Chef des Service seit sieben Jahren. Ich muss das seit sieben Jahren aushalten. Oh, sie auch. Sie wollen gut schauen zu euch. Es wird niemand vertusten. Es hat Wasser. Wenn du noch lange schnurrst. Ja, ja. Oli Pero ist mit Leib und Seel Kapitän und Koch auf seinem Schiff. Heute hat er eine Geburtstagsfahrt mit 32 Gästen. Seine Schwiegermutter hat er vor seiner Frau kennengelernt. Wir haben schon bei der BSG zusammen gearbeitet. Als ich im Gastro-Wertnautik. Dort waren wir über die Chefe verrückt. Wir fanden, wir kaufen doch selbst so eine Kahn. Als er mir das gesagt hat, musste ich sagen, jetzt spinnst du. Aber das ist mein Kind auch. Also nicht der Schwiegersohn, sondern der Chef. Weigermutter von der Zange. Wieder vergessen. Danke schön. Danke schön. Also Koch habe ich nicht gelernt. Das ist für mich mittlerweile professionell ein Hobby-Koch. Ich koche wirklich fast alles selber auf dem Schiff. Oder eben grillen. Und die Beilage. Und so habe ich unter mir eine grosse Küche gemacht. Das habe ich nicht gelernt. Das ist einfach so learning by doing. Immer voll Risiko. Ich weiss nicht warum. Manchmal ist es so, dass kaum der Schlotter nicht mehr gewusst, was zu machen. Du hast 50 Leute hier hinten am Hocken. Und ich mache etwas, das noch nie in meinem Leben kocht. Und ja, es ist noch immer gut gekommen. Mein Ziel ist immer das Perfekte zu haben. So. Jetzt brauche ich eine Triggermutter. Dann haben wir den Österreicher. So, mein Glöckchen. So, mein Glöckchen. Wir sinken nicht. Aber das Essen wäre nachher. Das Geburtstagskind kann anfangen. Das Kinder anfangen. Dann gibt es bei mir das Fleisch. Schwein zur Röcke. Ah, schön saftig. Ja, das seht ihr super. Und dann haben wir das Kälweli Christian. Jawohl, genau. So, mein Glöckchen. 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 Was nach einem gemütlichen Blustpferdchen aussieht, ist ein Herzgeschäft. Die Familie zu Hause muss viel ohne Oli auskommen. In jedem Heim müssen sie selbst etwas vertörlen. Das ist nicht einfach. Wir sind jeden Sonntag und jeden Samstag praktisch unterwegs. Es ist einfach am schönsten, am Sonntag Geburtstag mit den Leuten zu feiern. Das ist eine riesige Schwierigkeit. Das hätte auch ein bisschen Probleme gegeben in den Vergangenheiten. Probleme haben auf dem Schiff nichts zu suchen. Gute Stimmung ist das A und O. Ein bisschen heilig. Wow. In Bielersee gegangen, in Berner Seeland. In es ist ein schönes Fleckchen, eben. Da ist allen bekannt. Und den Hügel strecken eben, sich im Sonnenlicht entgegen. Als schönes Schöne-Ton, bringt Vertreut, still am See, das Herrliche-Ton. Drum lädt der Wein aus den Besser-Fliessen. Jetzt stosset an, lädt uns den Tropfen geniessen. Das Niederbieler See und auch das Schöne-Ton Im ganzen Leben nimm vergessen kann. Die Familie Scheidegger lebt so richtig ab vom Schuss im Emital. Bis ins Dorf Dürrenroth runter ist es eine halbe Stunde zu Fuss. Gute Buben! Ja, Mann! Gute Buben! Gute Buben! Gute Buben! Warum wohnen wir so weit von der Zivilisation? Das ist Richtung für uns. Man ist frei. Das ist Freiheit. Eine richtige Freiheit. Das ist schön. Sie leben hier oben mit ihren Hunden und viele anderen Tieren. Das ist eine gute Buben! Ja, das ist eine gute Buben! Gute Buben sind sie. Die Hunden für uns bedeuten schon alles. Das ist wie unsere Kinder. Das ist richtig Familie-Mitglieder. Sie vermitteln morgen früh schon Lebensfreude, wenn sie nicht so dreckig sind. Wie hat es gerade getan? Du hast das gesagt. Elena ist Ukrainerin. Vor 16 Jahren kam sie in die Schweiz. Zwischen Ukraine und Schweiz... Klar ist der grosse Unterschied zwischen Bergen, aber Natur, Grün, Wiese... Eigentlich bin ich auch so aufgewachsen. In der Natur. Ein kleines Dorf. Meine Grossmutter gewohnt. Ein kleines Dorf. Und so Wochenende für Wochenende habe ich so verbracht. Und ich finde, das ist super. Und ich bin stolz, dass meine Kinder auch so etwas erleben dürfen. Natur. Wenn man jetzt hier neben uns das Land anschaut, und dort neben uns das Land anschaut, habe ich das Gefühl, man merkt gar nicht, ob man in der Ukraine oder in der Schweiz ist. Auch der Zusammenhalt neben aussen mit den Leuten. Die Leute, die... Man muss einfach zusammenstehen, weil alleine, wenn du hier oben mit dem Auto im Winter nebenher rausfährst und mit allen Streit hast, dann wird es frühlich, bis du wieder rauskommst. Gern die Osterlen. Nah, komm! Komm, komm, komm. Gnuss! Gnuss, ja, 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 ja! So. Now, let's get it. So. Das ist ein Zähmeli-Butzel, ja. Zähmeli-Butzel, ja. Brrrr, gruseliger Zähmeli. Schau mal! Willst du zusammen etwas trinken? Gehen wir nach hinten raus? Schönbrot. Das Mami hat schon Kaffee gemacht. Super, wir nehmen Kaffee. Silvana ist zwölf und das einzige gemeinsame Kind von Scheideggers. Komm, komm. Ja, ja. Oh, ich bin da. Komm, komm, komm. Komm, komm, du möchtest Pani das Nüsse essen. Mh, Schätzchen-Bubben. Kommt, Buben, kommt. Hoi zusammen, Buben. Nehmen wir das Nüsse später. Gehen wir mal schnell ein Käferchen trinken. Gehen wir mal schnell. Dann muss ich mal Kalli-Ball-Hürden machen. Mh, mh. Hörst du mir nicht? Nein, ja. Anderen zu tun. Sie ist total happy, ja. Sie findet, das ist super. Wenn wir in den Wald Hütten bauen gehen, oder eben dann in Winterschlitteln, das ist traumhaft. Also. Also, Küngele futtern. Silvana und ihre Eltern wohnen noch nicht so lange abgeschieden. Es war eine Umstellung, weit und breit alleine zu sein. Guten Morgen. Also, meine Späne kommen manchmal hoch zu mir und spielen einfach bei mir. Und manchmal werden sie gebrochen, wenn es regnet, und sonst fahren sie, oder? Hier zu wohnen ist viel schöner als in der Stadt. Es ist einfach ... Früher war ich viel am Laptop und jetzt bin ich eigentlich mehr mit den Tieren. Ohne Autos käme Scheideggers nicht weit. V.a. wenn sie einen grossen Kauf geplant haben, so wie heute. Darf ich schnell schauen? Wegen Brötchen? Ja. Ich erzähl das Brot durch den Roten. Oh, ist das schön. Sieh mal, komm mal schauen. Schau mal, dass es durch den Roten Wappen hat. Ganz schön. Merci, hör mal. Dann lassen wir es gleich auf, wenn es recht ist. Das wäre vielleicht noch gut. Ich und mein Mann, in den 88 Jahren. Ja. Dann haben wir gedacht, dann machen wir ein bisschen ... ... ein Festchen. Und wir haben unsere Schnapszahlen. Festchen ist etwas untertreiben. Es gibt doch Fondue für 100 Leute. Hip-Hop, super. Alles klar? Auto voll, oder? Ja, ja, schon gleich. Dann muss ich noch etwas vornihe, das längstens nicht mehr. Du hast Glück mit dem Wetter. Ja, ja. So. Danke vielmals. Herzlichen Dank, dann wünsche ich mir ein schönes Beste. Danke vielmals, Ursula. Merci, Brits. Danke. Tschüss, Ursula. Danke vielmals. Also, weiter. Es ist so schön, wenn ich rufe. Ich bringe immer die Leute auf den Platz. Weil ich gebe gerne, darum geben sie mir auch gerne. Wir haben verschiedene Leute vom Geschäft, die mich unterstützen können. Und natürlich der Vladi, mein Faschsohn, der mich auch unterstützt. Und das wäre gar nicht durchführbar, wenn ich nicht so viel Hilfe hätte von allen Seiten. Der Vladi, oder Vova, wie sie ihm sagen, ist für den Fritz wie einen eigenen Sohn. Auf Augen. Ich habe nie einen Vater gehabt. Also, ich bin aufgewachsen ohne Vater. Und ja, irgendwann haben wir den Fritz kennengelernt. Also, durch meine Mama. Am Anfang war es natürlich eine kollegiale Beziehung. Mit der Zeit wurde es immer tiefer. Also, es ist wirklich eine Vater-Sohn-Beziehung in meinen Augen. Weil, wie soll ich sagen? Genau das macht ein Vater aus. Also, er ist für dich da und er zeigt dir auch andere Seiten. Was macht das? Was ich sage, bei dir vorne nach links. Ich wohne eigentlich nicht da, aber wenn ein Telefon kommt und Fritz sagt, er braucht Hilfe, dann bin ich sofort da. Bist du umgekehrt, du Arme. Gell? Noch Schadenfall. Und es ist immer lustig und ja, so hat es sich halt entwickelt. Von einem Kollegen zu einem Vater sozusagen. Einfach nicht blutverwandt. Ja. Für die Lämmer von der Familie Widmer-Streife gibt es kein Zurück mehr. Letztendlich legen sie alle frei. Ja. Fein. Du bist so verklebt. Komm. Komm. Die Böckchen müssen aussortiert werden, damit es keine Inzucht gibt. Widmer-Streifes haben im Ganzen zwölf Lämmer. Fünf davon werden heute gemetzget. Komm. Komm. Und ein Mutterschaf muss mit. Es hat sich herausgestellt, dass sich das nicht für Zucht eignet. Komm. Geil. Am schlimmsten ist es eigentlich für den Schafergott. Das war eines unserer ersten Schafe. Ein Pionierschaf-Udler. Und dadurch, dass sie auch ein problematisches Schaf ist, habe ich in denen immer wieder herumgedockt und ihm gebären geholfen. Und halt eine recht starke Beziehung. Bei diesem tut das schon gerade sehr weh. Ich bin froh, bleibe ich jetzt hier und muss nicht mitgehen. Bei den Lämmern ist es ... Okay, ist halt zu. Tschüss. 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 Ja, eben, die Lämmer bringen jetzt zum Metzger. Und es ist ... Ich glaube, ich blende das Emotionale ein bisschen aus. Und schaue es jetzt mal technisch an. Aber klar, es ist etwas Spezielles, die Lämmer jetzt auf ihrem letzten Weg zu begleiten. Das ist schon jetzt ... Wenn ich das Fleisch in einem Laden kaufe, dann habe ich ja den ganzen Weg nicht dabei. Das ist das ganze Emotionale. Und da habe ich das alles dabei. Aber irgendwo müssen wir mit dem umgehen können, wenn wir ... äh ... wenn wir bauen wollen oder Tier halten und melken wollen. Das ist das, was ich machen soll, gell? Ja, das soll ich machen. Okay. Okay. Ja, ja, ja. Es ist morgen früh zu Twan. Gut laufen? Ja. Du schaust da? Alexandra Pero, die Frau von Kapitän Oli, ist am Morgen immer als Erste auf. Guten Morgen! Oh! Lauf du da! Gut schlafen! Oh! Ich finde am Morgen etwas sehr Schönes. Da hat man seine Ruhe, da ist alles noch so friedlich, so still. Das schon. Ich mag am Morgen. Ich beginne zu wachen. Florian ist 6 und die Jüngste der Familie. Luc ist 8. Dass die beiden Eltern auch noch hier sitzen, gibt es nur am Morgen. Ich habe nie einen guten Aufgaben gehabt. Da sieht man sich zuerst einmal alle. Manchmal ist es das einzige Mal am Tag, ja. Wenn er nicht auf dem Schiff ist. Und manchmal fehle ich, weil ich erst nach 2 oder 3 zu Hause kam. Dann schlafe ich gerne bis um 9 Uhr. Und dann ins Büro. Tschüss! 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 Bis zum Mittag! Aber passend holt das nicht auch. Mir war ja nicht so Freude, dass ich wieder arbeiten gehe. Er hat das Gefühl, er hätte zu Hause bleiben können. Aber das ist nicht meine Meinung. Ich gehe gerne noch mal raus. Er ist ja ginge oben unterwegs. Ich bin auch gerne mal etwas unterwegs. Und ... Er hatte das Gefühl, zu Hause zu wenig zu Hause zu sein. Ja, wir können zu Hause zu wenig zu Hause machen. Das reicht aus. Von mir aus war es zu viel gut begleitet. Das passt ihr nicht so. Ich denke, das zwei Tage ganz weg vom Morgen um 6.00 Uhr bis 8.00 Uhr ist schon noch heftig. Das schränkt wieder unsere zwei Betriebe ein. Aber da sage ich zu ihr direkt nichts, weil sie soll das auch machen, was sie gerne macht. Dann stehe ich ihr nicht im Weg und sage, du gehst jetzt nicht zu deinen Blumen, sondern ganz zu deinen Blumen. Es tut dir auch gut. Und nicht im Weg stehen. Das ist ein wichtiges Element. Es gibt bei Peros doch noch das eine oder andere Thema, die beide nicht gleicher Meinung sind. Die Kinder waren mir nicht mehr wichtig. Ich wollte immer Kinder. Am liebsten hätte ich noch mehr. Die bessere Hälfte will nicht mehr mehr Kinder. Das ist so ... Ich finde, zwei länger. Es sind halt zwei. Zwei gesunde Gefräse. Die Alexandra hat Feierabend und muss schauen, dass sie bei Zeit zu Hause kommt. Oli hat neben seinem Geschäft auf dem Schiff noch viel anderes am Laufen. Und heute muss er noch in die Probe. Hallo. Hallo, hallo. Dann kann ich gehen. Hallo. Kinderübergabe, was ihr? Jetzt ruft Guckermusik, jetzt muss ich. Die warten, dort warten die älteren, vierte Stunde. Ich möchte sie gerne üben und ich bin mal nirgends. Ja. Was ist jetzt im Mönchi? Komm, mein Schlüssel. Der ist hier. Ohne Auto. Danke schön. Bei Oli ist es so, wenn er etwas im Sinn hat, hat er es im Sinn. Und dann zieht er es einfach durch. Egal, was jetzt links oder rechts ist, wird einfach einmal das durchgezogen. Manchmal muss man auch manchmal sagen, ja, also halt, dann stehe ich jetzt neben oder hinten dran und warten wir halt, bis er das wieder durchgeht. Ohne. Was habt ihr gemacht in den Tagesschuh? Ich muss sie breteln. Geh breteln? Ja. Schmeckt mal. Was denkst du? Ja. Boah. Es ist Abendwort auf dem Hof der Familie Widmer-Streife, aber Feierabend ist noch lange nicht. Nur Pia. Ich bin aber nicht... Die Jährige Luna, die Dreijährige Lavinia und der Achtjährige Timon halten alle auf Trabe. Es ist sehr anspruchsvoll und brauche viel Nerven. Irgendwie muss man auch selber dazukommen. Manchmal muss man auch ein bisschen Gestaffeln essen. Heute Abend ist noch die Mami von Jan hier, um zu helfen. Die Jüngste fordert beim Essen. Ich komme nicht nachher. Hier hat es vorbei. Und die Luna ist sehr in der Experimentierphase. Aber es wird besser sein vor die Arme und Löffel. Und ich glaube, da braucht es auch eine grosse Portion Gelassenheit. Zum Glück kann man alles platzen. Ja. 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 Je mehr wir schon müde sind oder genervt sind, desto schlechter geht es. Und je mehr man wirklich bewusst noch mal die ganze Energie zusammennimmt, desto besser geht es. und desto schneller schlafen zu haben. Und man hat ja früher vier Wochen, aber es klappt halt mit ihm oder so. Es ist so happy. Vor allem, wenn es jeden Tag ist. Ja. Gehen wir ins Bett. Ja. Jan und Rebekka sind schon mit 21 älter geworden. Heute, mit knapp 30, haben sie schon drei Kinder. Ja. Ja. Also, für mich war es nicht ein aktiver Wunsch, so jungen Älter zu werden. Sozusagen, echt. Ich denke, äh ... Es hätte wohl wahrscheinlich auch gut getan, noch etwas anderes zu erleben, als so jungen schon in das Älterenwerden einzusteigen. Also, wir sind ja echt ins kalte Wasser gekommen eigentlich in der Zeit. Wir waren beide in der Ausbildung und hatten noch nicht auf gewisse Riffen. Da mussten wir uns relativ schnell mit dieser Situation arrangieren. Ähm ... Doch. Ich denke, das Kind als Elternsäufer war ein starker Wunsch. Obwohl ich gesagt habe, dass ich noch nicht darf, dass ich die Ausbildung noch nicht darf. Es war doch gewünscht, hoffentlich nicht geplant. Gut. Simon, komm du runter, bitte. Jetzt kommen wir jetzt ein Lieder und dann auch die Computermännchen. Gut. Schau mal die Männchen des Computerspiels Bibibibibibibibibibib Eins시죠 von den Männchen des Computerspiels Bibibibibibibib Es fragt sich, was das Männchen so zu schreien hat. Bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi. Und die Frau sagt zum Computer, ich will Computer. Timon, komm runter, bitte. Die Lawine kann so nicht schlafen. Es nützt das Lied zu singen nicht mehr. Ich habe gesagt, es sollst du laufen. Ja, bitte. Mit Timon kämen sie auch an ihre Grenzen. Entweder du zu Hause gehst und dann ins Bett. Timon ist alles noch in diesem Alter für uns neu. Bei den Jüngeren wissen wir alles, wie es läuft. Sie laufen ein bisschen mit hinterher. Eine gewisse Gelassenheit beim Timon an den Tag zu liegen, das ist ein sehr schwieriger Moment. Da haben wir Diskussionen, da stehen wir an und wissen nicht so weit. Ich finde es ein schönes Kindesbett, auch wenn es anstrengend ist. Man muss die Zimmerruhe raffen. Aber ich nehme mir auch sehr gerne so viel Zeit aus, weil ich mit jedem Kind noch im Moment allein habe. 15 Min. Und dann zieht es sich halt sehr in die Länge und verfindet. Ja. Das sind die Kinder wert und mir. Und das ist ja ... Ja, das gibt es auch viel. Rebecca hätte natürlich gerne mehr Kinder. Nein, sie wäre schon bereit für mehr Kinder. Aber manchmal sagt sie auch ... Nein, sie hat längst schon zu viel. Aber sobald nicht die Luna eine gewisse Gelassen erreicht hat, kann ich mir vorstellen, dass sie diesen Wunsch wieder hat. Aber das muss ich mir gut überlegen. Genau. Mach ab, gell? Ja. Wir schlafen dir auch gut zu Hause. Bei Scheideggers im Ämital ist das grosse Geburtstagsfest schon voll am Laufen. Ein Fest, wo sich zwei Kulturen bei einem Fondue begegnen. Das war ein sehr schöner Tag. Ich denke, die russische Kultur und die Kultur, die hier auf dem Land aussen ist, wenn man das Land in der Ukraine anschaut, ist es sogar sehr ähnlich, würde ich sagen. Denn die Werte, die hier zählen, zählen dort einfach noch mehr. Und von daher sind sie gar nicht so weit weg voneinander. Und wir konnten das gut integrieren und das passt. Und Selena ist mir überall so willkommen wie ich. Mit dem Käse Fondue stand Elena aber zuerst auf Kriegsfuss. Das kennen wir nicht. Und das erste Mal in den 16 Jahren, als ich Fondue geschmeckt habe, habe ich gesagt, dass ich das nie in meinem Leben esse. Für mich war es eine Party. Ich bin gestunken, entschuldigung. Und jetzt finde ich das super. Elena hat sich an das Fondue gewöhnt und Fritz an lange ukrainische Partynächte. Ich komme darauf an, welche Kultur das länger hier bleibt. Die eine Kultur schläft ja da, darum könnte das schon noch etwas länger gehen. Und dann muss ich das auch noch machen. So. Musik 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 Am nächsten Morgen ist doch ein wenig Katerstimmung angesagt im Haus von Scheideggers. Es haben gerade ein paar Gäste bei ihm übernachtet. Wo ist der Quark? Das sind so genannte ... Aha! Scheisse! Was hat es Spass gemacht? Was ist eigentlich mit dem Geschenk? Die Geburtstagsgeschenke sind vor lauter Festen geblieben. Die Geburtstagsgeschenke sind vor lauter Festen geblieben. Oh, Mäuschen! Willst du es auspacken? Nein. Die Brümmittel. Hast du gesehen? Prämiert. Entschuldigung, das ist meine. Ich prämiere dich. Ein Wendekrin. Schau mal, das Häuschen ist fast zu klein. Genau. Wahnsinnig. Da muss man ein Häuschen bringen. Hoi, hoi, hoi. Schau mal. Fritze, Lena. Ein grosses Fest braucht eine grosse Karte. Die hat Fischlisch gestern aus Maka. Schau mal. Tränkehäuser, schau mal. Fritze, schau mal. Fritze, schau mal. Mh. Das ist gut. Fritze. Fritze, schau mal. Nach dem Feiern ist es ausgiebungszumorgen wichtig. Nach dem Fest ist es bei uns eigentlich immer eine grosse Familie da und immer Frühstück, so sagen wir russische Frühstück, weil wir essen im Russland zum Morgen Fleisch, Pizza und das ist bei uns ganz normal. Elena ist in der Ukraine unter dem russischen Regime aufgewachsen. Das macht schon Spass, russische Rede am Tisch, russische Spass und auch von alten Zeiten, wo etwas immer wieder, ja, ein Stück unser Leben kommt wieder, das ist immer schön. Elena, kommst du ein bisschen döckeln, wo von dir? Ja. Wir nehmen aber die Musik raus, ich muss anbauen, um döckeln. Schon? Ja. Ah, hier eine Ecke, die rote Cabo-Rolle. Gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das Twan am Bieler See ist heute Weinstrasse. Die Familie Pero hat hier ihren Stand. Ich muss erst mal schauen. Klasse! Ich muss sagen, der Ölstreicher geht hier fern. Der Oli hat ein volles Programm. Dabei ist heute Geburtstag. Man muss auch Geburtstagen feiern, wenn sie fallen. Heute wird nicht gefeiert, sondern gearbeitet. Zuerst die Weinstrasse, dann ist das Schiff. Ich bin unterwegs mit zwei Gruppenhochzeit und habe noch ein doppelt Geburtstagsfest. Also gut, wenn ich meine Rechte habe, haben wir dann ein Triple. Aber ich muss natürlich arbeiten. Ich bin unterwegs. Der Rossi, wie die meisten Twan, eine Winzerfamilie. Der Chef Vi ist aber nach wie vor ein Mal sein Vater, Hans. Eigentlich wäre er schon pensioniert. Übergeben haben wir eigentlich schon seit vier Jahren. Aber da wären ja anderweitig Beschäftigte. Das haben wir jetzt gesehen. Ich musste mit seinem M.R. Spillersee oder mit dem Schiff Captain Oli natürlich wieder einsteigen. Im Prinzip würden diese zwei Sachen harmonieren. Schifffahren, Wein, Essen. Alles würde ineinander spielen. Das Problem ist, es geht gleichzeitig. Jetzt sind zwei, ich weiss, in sechs Stunden habe ich das Bankett mit 45 Leuten, mit einem Viergang-Menü. Ich habe jetzt noch nichts gemacht. Ich muss jetzt schnell irgendwann säkeln, wie den Vater im Stich lassen. Schau, ob sie da hochkommt. Seine Familie hat sich daran gewöhnt, vieles ohne ihn über die Bühne zu bringen. Geburtstag hin oder her? Ich weiss gar nicht mehr, dass ich das letztes Mal an seinem Geburtstag überhaupt sehen kann, als er nicht unterwegs war. Das ist so etwas normal. Einmal bei den Ferien, dann habe ich die Familie nicht beinahmt. Das tut noch kurz degustieren. Adieu zuerst. Adieu zuerst. Kannst du auswenden, du musst nicht mal studieren dazu. Ja. Adieu zuerst. Adieu. 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 . Oh nein, das ist wieder etwas. Geht's eigentlich noch? Ja, ich komme da und schon. Ich darf endlich auch mal sitzen. Wieso? Bist du schon lange auf? Ich habe die Weisstraße morgen gemacht. Jetzt gratuliere ich zum Geburtstag. Merci. Alles Gute. Und weiter geht's. Die Gäste warten schon am anderen Seeufer. Und das nächste Mal bei Familiensache ... Wenn wir das Bärchen öffnen, sehen wir das Würmchen drin. Essig flieh ein Alarm im Rätberg von Familie Perrault. Gibt es statt wie nur Essig? Fritz Scheidegger hat einen schwierigen Tag bei der Arbeit. Es ist immer traurig, jemanden zu verlieren. Aber dass man das überhaupt lernen durfte, ist auch sehr, sehr schön. Und bei Widmer Streifs steigt das Hof fest. Die Nerve liegen blank. Das gibt's ja nicht. Wo habe ich den Schlüssel? Oh nein, jetzt habe ich den voll verlegt. Komm! In den Hosen ist er nicht mehr, im Bad ist er nicht, oben ist er nicht. Eigentlich muss das sein. Das und noch viel mehr Geschichten aus den drei Welten gibt's am nächsten Freitag bei SRF bei den Leuten Familiensache. Sie sahen SRF Bidolüt mit Aus der Region für die Region, dem Migrolabel für regionale Produkte. Wer Roman Bede Also findet ihr gleich in den walks ein bisschen zurück wie K Chenier.